Hey Leute was geht ab und ich glaube ich war mal wieder von Outriders. Schön dass ihr wieder mit dabei seid und Bock gehabt. Ja wir sind endlich in den Wald angekommen. Sind wir ja im letzten Video oder vorletzten Video. Eure Macht. Genau ein Outrider gefunden dessen Sohn ja in dem Lager sitzt. Ja gut und jetzt suchen wir. So jetzt gehen wir wieder jagen. Komm hier Big Mama. Oder Big Papa. Ja Big Mama. So ist die Big Mama. Wow. Kann ich das abbauen hier? Kann ich sogar. So da ist was. Ich dachte das hätte ich jetzt noch bauen können aber. Gut dann nicht. Ist ja auch nicht so tragisch. Keine Kiste. Hier ist der. Da ist da. Wie geht der? Jetzt geht der. Da ist der. Ich kann es mit Mama machen. So. Ich kann es mit Mama machen. Teine Kiste. Hier ist der. Da ist der. Ich kann es mit Mama machen. Wow, was ist die, Junge? Na gar nicht. Okay, das war nicht Big Mama. Nein, ich sehe es als Spieler auch nicht wirklich einfallsreich. Kommst du in ein neues Gebiet? War das wieder alles für den Haufen? Kommst du in ein neues Gebiet? Oder Abschnitt eines Spiels, sagen wir mal so. Und ballert also über den Haufen. Aber gut, ich glaube was anderes wird das Spiel auch nicht sein. Reine Lootshooter. Looting, looting, looting. Da ist die Mama. Wow. Wow. Das ist nicht schnell. Los, dann eine Kanone. Ja, Blitzkanone. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich bin für die Geringverdiener. Na, es zeichnen wir da plataforma. Wieder einen Abstand abgeschlossen. Und wieder keine Kiste. Ich glaube, der hackt langsam. Oh, aber immerhin. So, da waren wir nur noch Big Mama. Super Big Mama. Ein Säurevieh. Der andere war ein Stromvieh. Sitz schön still. Oh. Komm mal. Oh Mann. Gut. Sehen. Aber willkommen tut der Typ immer. Boah, wenn ich schon hier bin. And ich bin hier unten. Okay, gut. Können wir uns auch noch dann halt mal nehmen hier. Gut, ich muss da eh hin, also. Können wir doch auch mal eben diese Pisi machen. Was ist denn jetzt los? Warum machst du das? Aber halt, stimmt. Ich kann mal gucken. Was ist denn da noch so Neues gibt hier? Nix. Na gut, die ist natürlich besser, ne? Aber... Die ist natürlich geiler. Okay, ich kann ja auch. Fünfzig, hab ich hier ein dickes Sturmgewehr. Oder das Ding hier? Ja gut, wenn ich immer mal eine mit tausend noch was kriege, dann... Hab's gejagt, hab's erlegt. Ja, so richtig mittelaltermäßig. Du... Was? Äh, mittelalter. Ähm... Das war eine Zeit auf der Erde, als es noch so Sachen wie Ritter und Drachen... Na, schon gut. Viel ist es leider nicht, aber... Das ist für dich. Wow. Ach, stimmt, ich kenne dich halt gar nicht. Ja, gut, ne? Was nehme ich denn jetzt? Guck mal, die Kraft geht da runter. Wenn du bessere löst. Komm jederzeit vorbei, Outrider. Warum die Karre nochmal zu erschießen? So, gut. Dann geht's. Das Hauptmissionsgebiet ist ja eben. Auf dem Weg. Bin ich überhaupt richtig? Verfällt mir die Karte nicht mehr. Der Schiff hat. Was willst du denn mit deinem kleinen Bissarm machen? Was willst du denn mit deinem kleinen Bissarm machen? Was willst du denn mit deinem kleinen Bissarm machen? Was willst du denn mit deinem kleinen Bissarm machen? Was willst du denn mit deinem kleinen Bissarm machen? Was willst du denn mit deinem kleinen Bissarm machen? Was willst du denn mit deinem kleinen Bissarm machen? Wir machen gar nichts mit ihnen, Bailey. Willst du mich verarschen? Diese Verräter haben die ECA im Stich gelassen. Die Mission hat Vorrang. Du kannst mit leeren Händen zu Corrigan zurückkehren oder tun, was ich sage. So ein nerviger Alter, muss man ja sagen. Das ist richtig alt. Äh, richtig nervig. Richtig alt. Glutwandler? Mal gucken hier. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Und was nicht mehr? Mal gucken. Mal gucken. Hm. Komische Vieh. Aber cool ist Vieh. Gibt's aber hierbei nichts mehr. Als bin ich wieder hier hochgerannt. Ach dooooh. Muss da wieder irgendwas kommen. Oh du Kackflugvieh. Da sind wir auch da durch. Oh nein. Oh. Oh keine Erklärung. Oh. 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 zack, wieder was abgebaut, ob man die noch irgendwie mal verwenden kann oder so, weiß ich gar nicht, wenn man drauf geachtet bekommt, kriegt das Zeug, wo ich brauche. Boah, so krass. Ich hab auch nicht geholen. Röter. Outrider, Dr. Skorlock hier. Ich muss zugeben, dass es eine Freude war, dich und deine Begleiter zu treffen. Wir sind dankbar für die Hilfe dort, aber ich hätte eine Frage. Das Gegengift für den Pilz. Warum behaltet ihr es für euch? Unsere Leute kommen nicht aus dem Tal raus. Wenn sie wüssten, dass... Ja, wenn... Überleg mal. Was würden sie als erstes tun? Ich hätte es bekommen können, dass sie mich einsperren würden. Diese engstirnigen, stammestreuen Idioten kennen nur den Krieg. Hier. Wir sind alle frei. Wir müssen keine Angst haben, dass unser Nachbar uns die Kehle durchschneidet. Männer und Frauen, Freunde und Feinde. Hier ist nur die Natur unser Feind. Was wir können, ist mangelnd an Ressourcen. Aber du und deine Freunde könnt bleiben, solange ihr wollt. Hm. Gutes Angebot. Gut. Ich kann die Eier nicht zerschießen. Ich muss da irgendwas kommen. Das sind doch eines Eier oder das hat ein Pilz. Hier verweich ich mal hin. Irgendwann hat jemand was gebaut. Über diese Fähne. Hat doch mal jemand geschafft, so weit rauszukommen. Was? Ich meine Walken. Huh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin froh, dass ihr nicht lange bleibt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, neun Helm. Oh, die sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Keine neuen Hosen. Keine neuen Handschuhe. Neutreter. 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 Ah, hier ist die Viehmission. Mach mal die direkt auch mal. Na, das wird interessant. Bin dabei. Spaltzahn. Habe ich die jetzt eingenommen oder nicht? Neutreter. 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 Oh, die da. Boah, wir haben Wachen jetzt. Boah, geht noch alle weg hier, meine Fresse. Boah, geht noch alle weg. Das hat das Vieh geantwortet. Boah, geht noch mal. Boah, geht noch mal. Boah, geht noch mal. Gut. Aber auch mal easy gemacht. Das war's eigentlich mit... Ne, Mission hier. Sag ich mich hier wieder durch. Komplett durchgeschossen. Irgendwas nützliches. Ne, die verkauf ich hier alle. Die vielleicht nicht, die weiß ich noch nicht. Überhalte ich noch. Oh, der Rest ist hier aber verdickt. So, jetzt hab ich gerade nen guten Helm gekriegt. Jetzt hab ich hier so nen Kackhelm. Der Helm sieht doch echt scheiß aus. Wenn man wenigstens schließen könnte, okay. Aua. Nö. Nö. Gut. Ja, salut Leute. Mal sagen, dann werde ich auch mal hier passen das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock habt hattet. Dann machen wir im nächsten Video auf jeden Fall erstmal die Hauptmission hier weiter. Ist ja nur noch dieser Abschnitt. Da gibt's wahrscheinlich auch noch irgendeine Nehmission. Keine Mission verfügbar, okay. Wird sich ja dann zeigen, was da alles zu erledigen ist. Ich glaub im Lager war ja auch noch welche. Aber... Ich meine, da wär ja nur einer gewesen, mit dem ich reden kann. Na gut, das wird sich ja alles im nächsten Video zeigen. Äh, ja, für den Bock auf FOP dann seid ihr auch gerne beim nächsten Mal dabei. Wär echt ganz geil mit mir, wenn wir sehr gut freuen. Und dann wie ich sagen... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und... Tschö mit mü!